was geht ab freunde guten morgen der tag nach dem ballermann wir sind um 7.30 zu bett gekommen und dann sechseinhalb stunden schlaf bis 14 uhr und hier heute ist das ziel back layout von der 10er werde ich auch senden erst mal ein paar warm-up sprünge von acht paar straight jumps und dann gucken wir weiter peace was sagt sie zu den braids das ist ein basic das muss ich jetzt filmen wie du hierher kommst der krieger schafft sein leicht hoch ha 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 geil alles gut jungs alles gut nichts passiert sehr 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 frech krankes ding sehr stark oben who's next ich film auch schon beide ready janik neuer personal record 10 meter oder 10 20 oder so auf jeden fall 10 die 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 das Ich darf, ich darf. Ähm... Und, ähm... Leider Papier gegen Vier. Genau. Au! Hey! Kass, amigo! Alter, hat das gesonnen! Alter, Späde! Alter, vier in meine Füße! Boah, ich fühl mich gar nicht gut! Naja, was soll's denn? Juhu! 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 Eieieiei! 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 Ah, da muss ich jetzt rein, ne? Total geil! Total geil! Juhu! Oh, oh! Hilf ab! Warten kann ich ja! Fuck! Fuck! Aber Handy... Ich hab jetzt einen Handschlag verdient, ich hab's gemacht! Du hast dir alles verdient! Geiler Urlaub, Digga! Ja, Mann! Geiler Urlaub, mir macht viel Spaß mit euch! Also, Freunde! Dass wir uns hier nochmal hören jetzt mit der GoPro, hätte ich fast nicht gedacht! Wir haben eine dumme Aktion gemacht! Jemand sollte von unten filmen! Wir haben die GoPro hier von dieser 10 Meter Klippe runtergeschmissen! Ja, genau! Von hier einmal! Und, ja! Sie wurde unten nicht gefangen, ne? Und dann ist sie runtergetaucht! Also, runter! Und wir mussten sie eine halbe Stunde suchen! In diesem ganzen Kraut da drinne! Das war unglaublich! David hat sie gefunden! Und ja, wir wussten auch nicht genau, ob sie noch geht! Eigentlich heißt es ja, die GoPro soll bis zu 10 Meter wasserdicht sein! Und da ist es ungefähr 5, 6 Meter! Und sie funktioniert auch perfekt noch! Also, ähm... Wasser... Waterproof auf jeden Fall bestanden! Der Test! Wahnsinn! Ich, ähm... Bin immer noch sprachlos! Hammergeil, dass wir die ganzen Shots noch drauf haben! Ähm... Aber jetzt, gehen wir erstmal zurück zur Finca! Und dann noch, ja... Noch Nudeln kochen! Und Pokern spielen! Das ist eigentlich so der Plan! Aber, was wir im Endeffekt machen... Mal gucken! Du schießt! Mal gucken! росlef hoch! Du scheiße! Du schießt! Oh wir sind jetzt gleich gleich! Man wird ja auch mal senken! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Als ich den Schreie fange! Männer sagen! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Juh, das ist einfachно! Ich bin schwere. Ich bin schwere. Ich bin schwere. Ich bin schwere. OG, dass ich dich so richtig bin. Ich bin schwere. Ich bin schwere. Ich bin schwere. Vielen Dank.